Was geht ab Champs? Mein Name ist Dean Tramp und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Toy-Kanal. Ja, heute kümmern wir uns mal wieder um die Teenage Mutant Ninja Turtles aus der Mutant Mayhem Toyline. Ja, der Mutant Mayhem Film von Nickelodeon läuft aktuell in den Kinos. Ich habe ihn auch schon gesehen, zieht ihn euch rein, ist auf jeden Fall ein cooler Film. Er ist nicht herausragend, ich finde das Spielzeug dazu besser und dementsprechend kümmern wir uns heute um das Spielzeug. Falls du dich für Spielzeug interessierst, lass mir gerne ein kostenloses Abo da. Und ich habe zwei Battle Packs heute für euch mitgebracht, die wir unboxen, die wir öffnen und diese gehören zusammen. Warum, das zeige ich euch gleich. Es gibt noch zwei weitere. Ein Battle Pack kostet aktuell bei Smith Toys 29,99. Sie sind exklusiv, das bedeutet, diese Battle Packs gibt es nur bei Smith Toys zu kaufen. Collect and Connect Display. Ja, darauf komme ich gleich nochmal zurück. Wir sehen uns gleich die Rückseite der Karte an, da kann man das besser erkennen. Wir haben hier einmal Playmates Toys, das Battle Pack Donnie vs. Bebop, also den Bösewicht, plus den lilanen Turtle, wenn man so möchte. Und hier ist das, was ich meinte, abgebildet. Wir haben hier nämlich vier Möglichkeiten. Einmal den Pizzaladen mit Leo und Superfly, dann Donnie vs. Bebop aus der Werkstatt. Dann haben wir das Dojo Gim, also die Arena sozusagen, Ruff und Rocksteady. Und dann haben wir nochmal den Skateshop, finde ich natürlich sehr cool. Mickey bzw. Mikey und Leatherhead. Und so sieht das dann aus, wenn man alle hat, kann man die nebeneinander stellen und davor dann eben Krawall machen. Wir haben hier eben dann noch die Brands und ja, ich finde das eine coole Sache. Also ich finde auch cool, dass man hier einen Donnie hat, der anders aussieht als der davor. Ich kann euch das gleich mal zeigen, denn ich habe den Älteren auch hier. Das ist der Ältere bzw. der Basic Donnie, den wir schon ausgepackt haben, deswegen Ältere. Und wenn ihr den jetzt mal vergleicht, dann seht ihr, der hier sieht etwas anders aus, ja. Vielleicht ein bisschen lieblos, den hätte man vielleicht ein bisschen liebevoller gestalten können. Aber es ist eine andere Figur, bedeutet, man kauft hier nicht doppelt. Und das finde ich vor allem für das Sammlerherz cool. Dann gibt es hier Bebop, ja. Ich weiß nicht, ob ihr den Typen kennt. Habt ihr zum Beispiel mal den alten Bebop mitgebracht mit Stuff und einer schönen Tüte. Hier tue ich meine Figuren immer rein, lasse dann eigentlich ein bisschen auf. Und ja, so sah der damals aus, so sieht der heute aus. Ja, passend zum Kinofilm. Heutzutage würde ich sagen, Donnie sieht ja mittlerweile auch anders aus und hat einen völlig anderen Charakter als damals, ja. Aber ich würde sagen, ich quatsche nicht lang, lass uns doch mal reingucken, sonst wird das Video wieder zu lang. Ich hole mal hier mein Messer und dann mache ich das Ding mal vorsichtig auf. Denn ich weiß noch nicht so genau, wie man das Display denn hier rausbekommt, wie man es denn aufstellt. Und ja, das Design gefällt mir sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Überblick zu der Toyline gesehen habt. Wenn nicht, checkt gerne mal die Infobox ab. In den restlichen Videos findet ihr dort auch. Und ich ziehe das mal hier aus der Verpackung. Oh ja, das Display steht drin, cool. Ist also nicht verarbeitet in der Verpackung, sondern man kann es so rausnehmen. Seht ihr das? Das finde ich richtig nice gemacht. So kann ich nämlich die Verpackung wegtun für das Erste. Und dann stellen wir hier unser Auto Repair auf. Jetzt mal hier hinten hin. Ja, sieht cool aus. Gucken wir uns das einmal nochmal von hinten an. Aber man kann es richtig aufstellen, ne? Ja, man kann es klappen wie so ein Pappaufsteller. Das ist cool gemacht. Ja, oftmals hat man das ja eben, dass man, sag ich mal, die Karte benutzt für das Display. Aber das hat man hier nicht gemacht. Dementsprechend hat man hier tatsächlich dann einen richtigen Aufsteller. Und das gibt von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Dann kommen wir mal zu den zwei Figuren. Fangen wir mit Donnie an. Dann ist es natürlich die gleiche Größe wie der Basic Donnie. Also der Donnie, den man dann auch in den Pizzawagen bzw. ins Playset stellen kann. Bebop mache ich auch mal auf. Dann haben wir direkt beide in Hand sozusagen. Ja, und ich habe mich für diese beiden Battle Packs fürs Erste entschieden. Ich denke, die werden noch ein bisschen günstiger. Aber ja, ich finde halt Bebop cooler als Superfly zum Beispiel. Hat halt mehr Swag, mehr Nostalgie für mich. Da muss ich aufpassen, dass die Waffe hier nicht kaputt geht. Ein bisschen was schneide ich raus. So, bei dem View angepasst. Das hier ist Bebop. Sekunde, ich möchte ihm gerne seine Waffe in die Hand stecken. Ich habe diese Figur noch nie in der Hand gehabt. Auch so noch nicht gesehen. Sie hat einige Bewegungspunkte. Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass man hier das untere Stück des Beins auch nochmal bewegen kann. Gut, das kann man eben. Also hat man hier die Wade sozusagen. Dann hat man das obere Bein. Geht natürlich auch in jede Richtung. Mit einer Kugel drin vorne. Dann hat man ihn hier natürlich auch bemalt. Hinten sieht man dann eben die Infos zu der Figur 2023. Ist hier der Battle Pack? Ne. Okay, dann hat man die Rüstung hier oben. Ich glaube, die kann man nicht abnehmen. Ist aus Gummi. Dann haben wir den Oberarm, den Unterarm, die Hand, die man bewegen kann. Ja doch, der sieht gut aus. Ich muss sagen, das ist eine Figur, die mir gefällt. Und an sich nicht schlecht gemacht. Ich hätte gedacht, der wäre ein bisschen schlechter verarbeitet. Auch hier hinten. Richtig gut bemalt. Farben passen. Seine Frisur sieht natürlich top aus. Und ja, wir haben noch eine Waffe. Die passt gut in die Hand rein. Bin gespannt, ob er steht. Ja natürlich, aber er muss sich ein bisschen nach vorne biegen. Damit habe ich gerechnet, weil er so schwer ist, ja. Guck mal, wenn er normal stehen soll, steht er nicht. So geht's. Ja, kann man machen. Und steht er jetzt theoretisch hier vorm Auto Repair, vor der Werkstatt. Und das hier ist Donnie. Der sieht ähnlich aus wie der Basic Donnie. Gucken wir uns die mal gleichzeitig an. Erstmal nochmal kurz die Waffe hier rein, damit es auch passt. Gut, die Brille habe ich jetzt weggepackt von ihm hier. Der hat jetzt auch noch Kopfhörer. Kopfhörer, aber ansonsten ist das tatsächlich der gleiche, der eben ein paar mehr Makel hat. Schürfwunden, blutige Stellen, vielleicht nach einem Kampf das Gesicht sieht gleich aus. Ja, tatsächlich alles gleich, bis auf die Schürfwunden. Okay, besser als wäre es die gleiche Figur, muss ich sagen. So hat man einen neuen Donnie, einen anderen Donnie. Okay, und der hat auch die gleichen Bewegungspunkte. Ich finde den Basic Donnie ein bisschen besser. Ja, wie gesagt, das hätte man anders gestalten können in meinen Augen. Blut am Panzer. Vielleicht hätte man sogar ein bisschen reinschaben können in den Panzer. Kann man das Handy eigentlich rausnehmen? Nee, kann man nicht. Okay, ja, das ist Donnie und Bebop. Ups, das ist doch ein Zeichen. Kommen wir zum nächsten Set und zwar zum Rough- und Rocksteady-Battlepack. Ja, die Verpackung sollte ähnlich aussehen wie die davor. Hinten eben gleich abgebildet ist die untere Seite. Ja, designtechnisch auf jeden Fall eine nice Sache. Connect and Collect. Bin gespannt, wie es gleich aussieht, wenn man die nebeneinander stellt. Und hier haben wir eben den roten Turtle plus Rocksteady, den, ich sag mal, Blutsbruder von Bebop. Und das packen wir jetzt auch mal gemeinsam aus. Das geht ja relativ easy, das haben wir gerade ja schon gesehen. Ich habe auch die Ninja Shout Turtles geholt. Da habe ich alle vier hier. Die werden wir auch beim nächsten Mal auspacken. Genauso wie das Playset. Das wird noch ein größeres Video. Und dann ziehe ich jetzt erstmal die beiden hier raus. Verpackung kommt weg. Super, zack, zack. Das hier ist das Dojo Gym. Gym natürlich, Entschuldigung. Also das Fitnessstudio. Mensch, was ist denn los mit mir? Ich kulturbanause. So, das ist bemalt hier unten. Mit dem Guli. Da kommt natürlich der Turtle her. Was haben wir denn da? Schaufenster, eine Tür. Hier kann man reinschauen in das Fitnessstudio. Vielleicht nehmen wir uns das hier auch nochmal vor. Wir können das mal so ein bisschen vergleichen. Hier in der Werkstatt haben wir eben noch einen Schraubenschlüssel auf dem Boden. Eine Mülltonne. Auto Repair, alles bemalt. Cool. Hochwertiger. Naja. Pappkarton. Ich finde sogar das Dojo Gym ein bisschen cooler. Das sieht irgendwie nicer aus. Hat man cool gemacht hier mit dem Fenster. Sodass man direkt reingucken kann. Und das kann man natürlich auch wieder, ich sag mal, ja, aufstellen, wenn man denn möchte. Dann befreie ich diese mal von ihrer Last. Mache sie frei. Befreie sie aus dem Plastik. So, dass wir sie kämpfen lassen können. Die beiden Kontrahenten. Ja. Ich muss sagen, ich finde die Toyline mega nice. Hat mich auf jeden Fall richtig in dieses Figuren-Game jetzt wieder reingeholt. Und, ja, ich sag mal so, natürlich mag man auch die alten Figuren. Aber ich finde trotzdem, dass man hier mit dieser Toyline einiges richtig gemacht hat. Also für mich macht das definitiv Spaß. Klar gehört da auch ein bisschen dazu, dass man den Kinofilm schaut und so weiter und so fort. Das ist irgendwie dann die Prämisse. Aber, ja, mir passt das. Ich habe ihn mir angeguckt. Und dementsprechend bin ich da auch nicht abgeneigt. Und relativ begeistert, ja. Jetzt erzähle ich eine kleine Story nebenbei. Wir saßen im Kino. Huch, jetzt wird es anstrengend hier. Ich mache das mal gerade fertig. Ja, was ich erzählen wollte, ist folgendes. Und zwar saßen wir im Kino, haben uns eben diesen Kinofilm hier angeschaut. Und, ja, wir fragen uns so, hä, war der in 3D oder wieso ist der so unscharf? Und, ja, mittlerweile haben sich mehrere Kinogäste dann auch gewundert. Sind sogar aufgestanden, haben nachgefragt, was ist hier los? Warum ist der denn so unscharf, der Film? Und haben wir echt gedacht, wir hätten eine 3D-Brille vergessen. Ja, irgendwann, so ab der 20. Minute oder so, stellt sich das Ding richtig unscharf. Also man hat dann gar nichts mehr gesehen. Und danach wurde es dann richtig scharf, ja. Also erst mal bad und dann wurde es wieder gut. Und, ja, daraufhin zum Schluss hat sich dann die Leitung entschuldigt, hat gesagt, jo, wir hatten ein Problem mit der Filmrolle und hier habt ihr einen Gutschein, ja. Aber war auf jeden Fall spannend. Vor allem, weil man ja in dem Kinofilm so eine Art Comic-Look hat. Deswegen wusste man gar nicht, ist das jetzt gewollt, hä? Aber ja, wenn man es nicht gesehen hat, kann man es schwer nachvollziehen. Jedenfalls hat der hier am Arm noch was. Okay, warte mal gerade. Der ist hier nochmal befestigt. Das Ding brauchen wir aber nicht mehr. Ja, so, da kann man dann auch schön wieder seine Waffen hineinstecken. Ich probiere das direkt wieder. Raphael, cooler Turtle, der Draufgänger, der Action Hero. Das ist der alte Raphael, beziehungsweise der Basic Raphael. Ich sage immer alt, weil ich die halt zuerst geunboxt habe. Hier unten, hinten, sieht er ein bisschen anders aus. Gefühlt ja, ne? Gefühlt ist hier Shell ein bisschen größer. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Oder? Sieht er ein bisschen anders aus? Ja, auch der Kopf sieht ein bisschen anders aus. Okay, ich glaube, der ist ein bisschen breiter hier. Hat wieder Schürfwunden, Blutflecke. Ja, das ärgert mich. Ah, da haben sie es doch gemacht. Guck mal. Da haben sie es doch gemacht. Das fände ich cooler als diese schwarze hier. Aber wenigstens haben sie es hier umgesetzt. Liegt aber auch daran, dass diese Figur hier dieselbe Stelle hat. Ja. Liebe zum Detail nennt man sowas. Und ja, vor allem die alten Turtle. Das wollte ich auch noch gerade zeigen. Steht der? Ja. Gab es oftmals auch in solchen Varianten hier. Also zum Beispiel als Detektiv, als Surfer, als Pizzabote, als Fußballspieler, als Basketballspieler und so weiter und so fort. Haben die cool gemacht damals. Die Playmates Jungs und Mädels. Und heutzutage gibt es sowas auch. Also es gibt auch von der Mutant Mayhem Reihe ein Set, welches man aber nur in Walmart bekommt. Also in Amerika. In Amerika im großen Superstore. Das ist ein Vierer-Set mit coolen Figuren. Und ja, vielleicht machen wir das auch nochmal gemeinsam auf. Jedenfalls kriegt man das so nicht in Deutschland. Das hier zum Beispiel ist ja Smith-Exklusiv. Andere ist Walmart-Exklusiv. Und dann gibt es noch meine Lieblingsfiguren, die Making-Ninja-Figuren. Die leuchten im Dunkeln. Die sind Target-Exklusiv. Also auch nur in Amerika zu bekommen. Und das bedeutet natürlich, dass man hier mehr Geld bezahlen muss. Ja, jetzt haben wir Rocksteady hier in der Hand. Und ich hatte jetzt auf die Schnelle keinen eigenen hier. Aber ich muss direkt dazu sagen, der Charakter gefällt mir nicht so gut. Ja, also ich finde, der ist nicht so gut getroffen. Klar, es ist ein Nashorn und die haben so einen Rücken. Aber generell ist mir das zu krass hier. Tatsächlich. Ja, auch als Figur ist mir das ein bisschen zu heftig. Ich meine, man kann den Kopf gut bewegen. Hat man höchstwahrscheinlich gut umgesetzt. Er hat eher auch ein paar Schürfwunden. Ja, aber generell ist mir das hier ein bisschen zu hoch. Da gefällt mir der Alte auf jeden Fall besser. Der hat hier fette Stiefel an. So eine Army-Hose. Der hat auf jeden Fall auch dickere Beine als er hier. Seine Faust. Tattoo soll das sein. Seine Waffe passt auch nicht so ganz, muss ich sagen. Ich finde, die wirkt ein bisschen mini. Die passt auch nicht so sehr gut in die Hand. Seht ihr das? Nicht so gut. Ja. Okay. Bewegungspunkte typisch. Hat einen dicken Bauch. Man kann den Kopf bewegen. Man kann die Arme bewegen. Man kann die Unterarme bewegen. Und nochmal die Hand selbst. Und das wäre dann das zweite Battle-Set. welches man dann eben aufstellen kann. Und auch vervollständigen kann. Und ich finde, gehen wir jetzt nochmal ein bisschen ran. Das macht sich sehr gut, oder? Also so nebeneinander. Man kann es theoretisch auch kleben. Es ist so eine Art Diorama. Es ist hartes Plastik. Und wenn man es ausklappt, wie gesagt, dann kann man es auch richtig aufstellen. Aber ich werde die Figuren erstmals zurück in ihre Box tun. Und dann werde ich schauen, wann und wie ich das mal aufstelle. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ich den Bus habe, das Plastik habe und noch viele andere Figuren aus der Toyline, dann sieht das bestimmt richtig, richtig nice aus. Ja, meine lieben Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, checkt gerne die Infobox. Dort findet ihr alles zu diesen Figuren, wo ihr die kaufen könnt und so weiter und so fort. Weitere Videos findet ihr auch dort. Und ansonsten würde ich sagen, macht es gut. Bye, bye.